Hallo, in diesem Video möchte ich kurz erklären, wie man die 4-Pol-Parameter von einer einfachen Schaltung von Hand bestimmt. Das mache ich mal am Beispiel der Kettenparameter oder A-Parameter und dann nachträglich eine Probe macht im Netzwerksimulator LTSpice, beziehungsweise wie man die 4-Pol-Parameter auch direkt durch eine Netzwerksimulation in einem solchen Netzwerksimulator bestimmen kann. Okay, ich schreibe dazu am Anfang hier nochmal die Definition der A-Parameter hin. Die verknüpfen ja die Größen am Eingang, also die Spannung und den Strom am Eingang über die 4-A-Parameter A11, A12, A21 und A22 mit den Größen am Ausgang, also mit der Spannung und dem Strom am Ausgang. Und die Spannung am Eingang, das wäre die Spannung, die hier an der Stelle nach unten abfällt. Die Spannung am Ausgang wäre die Spannung, die hier in Richtung unten abfällt und der Strom I1 ist der Strom, der hier an der Stelle in den 4-Pol reinfließt. Und in meiner Konvention ist der Strom I2 der Strom, der hier am Ausgang aus dem 4-Pol rausfließt. So, und um jetzt die folgende Herleitung ein bisschen verständlicher zu machen, schreibe ich mal einfach noch aus, was sich hier aus diesem Matrix-Vektor-Produkt ergibt. Wenn wir das ausrechnen, um hier das erste Element zu erhalten, das U1, rechnen wir eben Zeile mal Spalte, also erste Zeile mal erste Spalte, das Element A11 mal die Spannung U1 plus den 4-Pol-Parameter A12 mal den Strom I2. Die sind ja hier so nummeriert, dass immer die erste Zahl die Zeile angibt und die zweite Zahl die Spalte angibt. So, und um auf das zweite Element zu kommen, in dem Vektor am Anfang, den Strom I1, müssen wir eben diese Zeile, die zweite Zeile mal die erste Spalte rechnen, also A21 mal U2 plus A22 mal den Strom I2. So, und um jetzt zum Beispiel eben den 4-Pol-Parameter A11 zu bestimmen, nehmen wir diese Spannung, teilen die durch diese Spannung und damit der 4-Pol-Parameter A12 dann keinen Einfluss hat, setzen wir einfach den Strom I2 zu 0. So ergibt sich dieser erste 4-Pol-Parameter A11 wäre eben U1 durch U2 unter der Bedingung, dass I2 gleich 0 ist. I2 gleich 0 heißt, wir hätten hier am Ausgang des 4-Pols einen Leerlauf, da fließt kein Strom. Und wir können uns dann dementsprechend die Spannung U1 hier vorne als Quelle denken oder als Ursache und die Spannung U2 hier hinten als eine Wirkung, die sich aus dieser Ursache ergibt. Dadurch, dass hier die Bedingung am Ausgang gegeben ist, muss die Quelle, muss die Ursache am Eingang sein. Wir können nicht hier hinten am Ausgang eine Spannungsquelle U2 anschließen, dann könnte ja durch diese Quelle hindurch ein Strom fließen. Das würde diese Leerlaufbedingung hier verletzen. So, also denken wir uns am Anfang hier eine Spannungsquelle U1 und rechnen jetzt von dieser Quelle U1 die Wirkung aus, was für eine Spannung ergibt sich hier hinten am Ausgang. Und der Trick ist jetzt eben, die Quelle einfach abzuschreiben und wie gesagt, diese Wirkung in Ursache der Quelle auszudrücken. Wenn das hier hinten ein Leerlauf ist und hier kein Strom fließt, fällt auch keine Spannung über diesen Widerstand R2 ab. Das heißt, die Ausgangsspannung ist genauso groß wie die Spannung über diesen Widerstand R3 hier. Und die können wir einfach mit einer Spannungsteilerregel ausrechnen. Das ist dann die Gesamtspannung U1, die hier vorne anliegt, mal der Teilwiderstand, über dem diese Spannung abfällt, geteilt durch den Gesamtwiderstand R1 plus R3. Und das war jetzt nützlich, das so zu machen, weil wir die Spannung einfach wegkürzen können und dann für den 4-Pol-Parameter nur was überbleibt, was eben nur von den Werten dieser drei Widerstände in der Schaltung hier abhängt. Und jetzt drehe ich diesen Doppelbruch einfach nochmal um und schreibe hier oben hin R1 plus R3 geteilt durch R3. Und dann können wir die Werte der Widerstände einsetzen. Der Gesamtwiderstand sind 4 Ohm und das hier unten sind 1 Ohm. Und das kürze ich gleich mal weg, da bleiben 4 über und zwar auch ohne Einheit. Der erste 4-Pol-Parameter ist dimensionslos, hat keine Einheit. Ist ja auch total sinnvoll, dass das so ist, denn der verknüpft ja eine Spannung mit einer Spannung. Damit ist dieser 4-Pol-Parameter bestimmt. Wir können uns die nächsten 4-Pol-Parameter anschauen, das A12 und das ergibt sich jetzt aus der gleichen Logik oder nach der gleichen Logik aus U1 durch I2 unter der Bedingung, dass die Spannung U2 hier an der Stelle 0 ist, sodass dieser 4-Pol-Parameter A11 jetzt eben keine Rolle spielt. So, und das heißt, wir haben einen Kurzschluss am Ausgang jetzt, wenn das U2 0 ist und denken uns wieder die Spannung U1 hier vorn als eine Quelle und rechnen jetzt eben in Wirkung dieser Quelle den Strom I2 hier hinten am Ausgang aus. Ja, das ist jetzt vielleicht ein ganz klein bisschen aufwendiger als bei dem 4-Pol-Parameter vorher. Die Quelle schreiben wir einfach wieder ab und jetzt kann man natürlich in Wirkung dieser Quelle erstmal den Strom hier vorn ausrechnen, der hier in die Schaltung reinfließt. Das wäre einfach U1 geteilt durch den Gesamtwiderstand dieser Schaltung und der wäre aus Sicht der Quelle R1 plus R2 parallel R3. Wenn das hinten kurz geschlossen ist, fällt über diesen beiden Widerständen die gleiche Spannung ab, sind die parallel geschaltet. Dann hätten wir den Strom hier vorn, jetzt müssen wir noch einmal die Stromteilerregel anwenden, um den Strom hier hinten rauszubekommen. Dazu nehmen wir den Widerstand im anderen Zweig geteilt durch diesen Maschenumlauf, also R3 geteilt durch R2 plus R3. So, dann kann man die Quelle wieder wegkürzen, es bleiben nur Widerstände über und ich schreibe mal diesen Term hier gleich oben in den Nenner und setze da mal die Werte ein. R1 sind ja 3 Ohm plus 1 Ohm parallel zu 2 Ohm. 1 Ohm parallel zu 2 Ohm kann man ausrechnen, einmal 2 durch 1 plus 2 macht 2 Drittel, also macht das Ohm 3, 2 Drittel Ohm. Und dann haben wir noch diesen Stromteilerfaktor hier unten, R3 ist 1 Ohm, R2 und R3 sind zusammen 3 Ohm, die Ohms kürzen sich hier weg, macht das 1 Drittel an der Stelle und 3, 2 Drittel durch 1 Drittel ist das gleiche wie 3, 2 Drittel mal 3 und das sind 11 und zwar in der Einheit Ohm. Ist auch total sinnvoll, dass für diesen 4-Pol-Parameter hier die Einheit Ohm rauskommt, denn der verknüpft ja wie das Ohmschulgesetz, U ist irgendwas mal I, ein Strom mit einer Spannung, also muss das auch die Einheit Ohm haben. Okay, damit ist auch dieser 4-Pol-Parameter A12 bestimmt und wir können uns die nächsten anschauen, das A21 und das ergibt sich jetzt eben aus I1 durch U2 unter der Bedingung, dass wieder der Strom am Ausgang I2 gleich 0 ist. Also wir haben wieder einen Leerlauf am Ausgang, damit das A22 erstmal keine Rolle spielt und denken uns jetzt wieder diesen Strom I1 hier vorne als eine Quelle, als eine Stromquelle, die hier vorne einen Strom I1 reinschickt und schauen uns in Wirkung dieses Stromes die Spannung am Ausgang an. So, wenn der Ausgang hier wieder leer läuft, fließt hier an der Stelle kein Strom, das heißt über diesen Widerstand fällt wieder keine Spannung ab, das heißt die Ausgangsspannung ist wieder genauso groß wie die Spannung über diesen Widerstand R3. Und die Spannung über den Widerstand R3, die ergibt sich einfach aus dem Strom I1, der hier vorne durchfließt, also das heißt wir schreiben einfach den Strom I1 ab und rechnen die Spannung U2 hier aus, die ist einfach I1 mal den Widerstand R3, da wo der Strom da durchfließt. Und dann kann man das I1 einfach wegkürzen und dann bleibt da 1 durch R3 über und 1 durch 1 Ohm ergibt 1 Siemens, das ist der nächste gesuchte Vierpolparameter und das ist auch total sinnvoll, dass der die einen Siemens hat, weil der verknüpft ja eine Spannung mit einem Strom I ist G mal U in der Art. So und damit können wir den letzten noch verbleibenden Vierpolparameter bestimmen, das A22 und das ergibt sich eben aus I1 durch I2 unter der Bedingung, dass das U2 gleich 0 ist. Also wir haben wieder einen Kurzschluss am Ausgang und schauen uns jetzt eben an das Verhältnis zwischen dem Strom am Eingang und dem Strom am Ausgang. Hier vorne am Eingang ist wieder eine gedachte Stromquelle I1 als Ursache und von dieser Quelle schauen wir uns die Wirkung an, den Strom I2. Das heißt, ich schreibe die Quelle einfach wieder ab und der Strom I2 ergibt sich jetzt eben anhand der Stromteilerregel, so wie wir das hier schon mal hatten. Also I1 mal den Widerstand im anderen Zweig, da wo der Strom nicht durchfließt, das ist dieser Widerstand R3, geteilt durch den Gesamtwiderstand dieser Masche, das ist R2 plus R3. Und der Strom I1 kürzt sich weg, diesen Stromteilerfaktor hier, den hatten wir auch schon mal, der steht hier unten, 1 durch ein Drittel macht eben 3. Und die 3 sind dimensionslos, sind einheitenlos, das ist auch sinnvoll, weil dieser letzte Vierpolparameter verknüpft ja einfach einen Strom. Mit einem Strom sollte dementsprechend auch keine Einheit haben. So, damit sind diese vier Vierpolparameter jetzt von Hand bestimmt und jetzt würde ich dazu eben ganz gern eine Probe machen in LTSpice hier drüben. Und das, was wir jetzt machen, ist eigentlich im Prinzip genau das gleiche, was diese Bestimmungsgleichungen hier zeigen. Also wir schließen einfach hier vorne eine Spannungsquelle an, als Quelle, als Ursache und schauen uns eben die Wirkung an unter der Bedingung, dass hinten ein Leerlauf ist. Und dann machen wir nochmal das gleiche, dafür, dass hinten ein Kurzschluss ist und simulieren einfach diese Ströme. So, und die Ergebnisse, die da rauskommen, die trage ich entsprechend in eine Tabelle ein. Die Tabelle ist hier zu finden, die habe ich schon mal vorbereitet. Da haben wir halt diese Bedingungen, wir haben einen Kurzschluss am Ausgang und wir haben einen Leerlauf am Ausgang. Wir fangen mal mit der Leerlauf-am-Ausgang-Geschichte natürlich an. Das ist schon mal diese Schaltung hier und ich brauche jetzt dafür noch eine Spannungsquelle, die finde ich hier unter Component. Und dann gibt es hier ein Voltage, eine Spannungsquelle, die schließe ich mal hier vorne an. Gebe dir einfach mal den Wert 1 Volt und verdrahte die hier noch fest. Und dann kann ich auch schon direkt auf Simulieren klicken. Und das, was wir simulieren wollen, ist eine Gleichspannungs-Gleichstrom-Arbeitspunkt-Bestimmung. Wir wollen einen DC-Operating-Point bestimmen. Und dann kommen da auch schon Simulationsergebnisse. Und die übernehme ich jetzt einfach mal nach hier drüben. Also was wir sehen, die Spannung am Eingang, das hier, sind 1 Volt. Die 1 Volt, die wir hier auch vorgegeben haben, diese Spannung hier. Die Spannung am Ausgang, die sich dann ergibt, sind 0,25 Volt. Das ist die Spannung hier hinten. Die trage ich mal ein. Wir sind bei der Leerlauf- am Ausganggeschichte. Die Spannung U2 sind 0,25 Volt. Und dann der Strom I1, das ist der Strom, der hier durch den Widerstand R1 fließt, sind 0,25 Ampere. Und die Spannung am Eingang, die wir hier vorgegeben haben, sind 1 Volt. Und diese 1 Volt trage ich hier auch ein. Und jetzt sieht man, das, was hier schon mal berechnet wird, sind schon mal die Kettenparameter. Und ich ziehe mal diese Tabelle einfach hier rüber, um mal zu zeigen, also erstmal, dass die Formel, die hier drin steht, ich klicke mal hier drauf, was hier gerechnet wird. Hier wird die Spannung U1 durch die Spannung U2 gerechnet, eben unter dieser Bedingung. Wir haben einen Leerlauf am Ausgang. Und das ist genau die Gleichung, die hier drüben an der Stelle steht. Und im nächsten Feld, für das A21 wird gerechnet I1 durch U2, ebenso unter der Bedingung, dass wir einen Leerlauf am Ausgang haben. Das ist genau diese Gleichung hier drüben an der Stelle, das I1 durch U2 unter der Bedingung, dass das I2 gleich 0 ist. So, und auf genau die gleiche Art und Weise habe ich jetzt hier schon mal Formeln eingefügt, auch für die anderen Parameter, zum Beispiel für die Widerstandsparameter, für die Leitwertparameter und für die Hybridparameter. Die habe ich jetzt im Grunde einfach aus der Literatur abgeschrieben. Hier sind mal die Definitionsgleichungen, zum Beispiel der Leitwertparameter aus dem Buch, wenn man hier reinschaut. Also das G11 hier drüben ergibt sich aus I1 durch U1 unter der Bedingung, dass U2 gleich 0 ist. Das wäre genau diese Formel hier, eine U1 durch I1 unter der Bedingung, dass wir einen Kurzschluss am Ausgang haben, dass U2 gleich 0 ist. Und das nächste, das G21 ist diese Formel hier, das ist entsprechend U1 durch I2 unter der Bedingung, dass U2 gleich 0 ist. Das ist genau das, was hier steht, also andersrum, eine I2 durch U1. Und dann hätten wir noch G12, diese Formel hier, da steht I1 durch U2 unter der Bedingung, dass U1 gleich 0 ist. Das ist genau das, was hier steht, I1 durch U2 unter der Bedingung, U1 ist gleich 0. Und last but not least hätten wir noch diese Formel hier, der Strom I2 durch die Spannung U2 unter der Bedingung, dass U1 gleich 0 ist. Das ist genau das, was hier unten steht. Und so kann man eben, wenn man diese vier Bedingungen misst, Leerlauf am Ausgang, Kurzschluss am Ausgang, Leerlauf am Eingang, Kurzschluss am Eingang, entsprechend aus diesen Bestimmungsgleichungen alle 4-Pol-Parameter, die es so gibt, ohne weiteres ausrechnen. Man könnte natürlich auch einfach eine Art von 4-Pol-Parameter, also zum Beispiel die Kettenparameter ausrechnen und dann diese Umrechnungsformel nutzen, die sich hier aus der Tabelle ergeben. Aber ansonsten, hier sind auch ein paar Bestimmungsgleichungen gegeben im Buch. Auch zum Beispiel für das R11, das können wir noch mal kurz nachschauen, das, was hier drin steht. Also R11 sollte so viel sein wie U1 durch I1 unter der Bedingung, dass das U2 gleich 0 ist. Das ist auch genau das, was hier steht. Oder das, was ich jetzt auch von Hand her geleitet habe, dass A22 ist I1 durch I2 unter der Bedingung, dass U2 gleich 0 ist. Genau das ist das, was hier steht. Oder das Letzte, was ich noch zeige, weil es hier gerade mal steht. Der Hybridparameter H12 ergibt sich eben aus der Spannung am Eingang U1 durch die Spannung am Ausgang unter der Bedingung, dass der Strom am Eingang I1 gleich 0 ist. Genau das ist das, was hier steht. Und diese Formeln hier, die kann man, die sich eben aus den Definitionsgleichungen der 4-Pol-Parameter ergeben, die kann man hier sehr einfach in dieser Tabelle nachbauen. So, und damit mache ich mal einfach weiter mit der Simulation. Und das, was uns jetzt noch fehlt hier, um zumindest mal die Kettenparameter vollständig zu bestimmen, ist die gleiche Simulation mit einem Kurzschluss am Ausgang. Den kriege ich natürlich relativ einfach hin, indem ich hier einfach eine Verbindung ergänze und nochmal simuliere. Und dann haben wir eben am Eingang wieder eine Spannung von einem Volt hier vorgegeben. Die trage ich jetzt einfach hier ein. Dann ergibt sich am Eingang eine Spannung von 0,2727 Ampere. Und am Ausgang fließt ein Strom von 0,090909 Ampere. So, und dann sieht man, jetzt werden auch die anderen beiden 4-Pol-Parameter hier berechnet. Die stimmen rein prinzipiell auch erstmal. Da kommt sowas raus wie 11 Ohm und wie 3. Hier stehen die 11 Ohm und die 3. Die 11 Ohm sind aber jetzt nicht so sonderlich exakt. Da kommt nicht genau 11,000 raus, sondern 11,0001. Das liegt jetzt natürlich daran, dass hier das so periodische Dezimalbrüche sind und die nicht wahnsinnig exakt sind. Wenn ich die jetzt einfach noch ein bisschen erweitere an der Stelle, da noch ein paar Stellen hinterschreibe, dann sieht man, dann passt das auch irgendwann mit der Rechengenauigkeit. Dann kommen hier eben relativ präzise 11 und 3 raus. Zumindest jetzt so in der Anzeigegenauigkeit hier. So, und damit sind jetzt eben die Kettenparameter vollständig bestimmt. Die passen auch zu der Rechnung von Hand hier überein, stimmt ja überein. Was sehr schön zeigt, dass diese Simulation jetzt hier wahrscheinlich passt. Das ist natürlich kein wahnsinnig stringenter Beweis dafür, dass das jetzt alles stimmt. Insbesondere, wenn man natürlich an der Stelle hier, wo es um diese Bestimmungsgleichung geht, schon irgendwie einen Fehler gemacht hat. Genau die Gleichungen werden ja hier auch verwendet. Dann kann das natürlich schon sein, dass in der Rechnung von Hand und in der Simulation man im Prinzip den gleichen Fehler macht. Ansonsten ist es schon relativ unwahrscheinlich, dass man, wenn halt so eine Rechnung von Hand und die Simulation irgendwie übereinstimmt, dass man dann in beiden komplett unterschiedlichen Varianten am Ende doch irgendwie genau den gleichen Fehler gemacht hat. So, dass das schon ein ganz gutes Indiz dafür ist, dass es stimmt, was wir jetzt hier simuliert haben. Und der Vorteil an der IT-Spy Simulation ist jetzt natürlich, dass man hier auch beliebig kompliziertere Schaltbilder reintun könnte, um von denen die 4-Pol-Parameter zu bestimmen. Ansonsten gilt natürlich in so einer Netzwerksimulation immer das alte Prinzip Bullshit in, Bullshit out. Das Problem sitzt häufig vor dem Computer. Der Computer an sich rechnet schon richtig. Man muss ihm das Problem richtig vermitteln. Man muss die Ergebnisse, die rauskommen, auch richtig interpretieren. Als zum Beispiel so ein Gefühl dafür haben, okay, diese 11,000011 da, die können nicht so richtig stimmen. Das wird hier an der fehlenden Genauigkeit liegen. Und deshalb ist es eben immer schlau, nicht mit dem kompliziertesten Modell anzufangen, was man so findet, das zu simulieren und zu hoffen, dass das Ergebnis stimmt. Das wird wahrscheinlich nicht so sein, sondern sich eben eine einfache Schaltung, ein einfaches Beispiel anschauen, wie dieses hier, das man noch von Hand nachvollziehen kann, um zu gucken, ob das irgendwie so passt. Denn was zum Beispiel hier so ein Fehler sein könnte, also wenn man jetzt nicht so wirklich weiß, in welche Richtung hier dieser Widerstand zeigt und ich mache mal das Schaltbild hier ein bisschen größer, um mal so eine typische Fehlerquelle zu demonstrieren und schneide mal diesen Widerstand hier raus und drehe den halt umgekehrt wieder rein, dann rechnet jetzt LTSpice den Strom durch diesen Widerstand in die andere Richtung aus. Und wenn ich jetzt nochmal auf Simulieren klicke, dann steht auf einmal hier ein negativer Strom. Das sollte uns jetzt aber zu denken geben, wenn wir hier vorne eine Quelle anschließen, sollte ich hier einen positiven Strom reintreiben. Warum ist dieser Strom hier negativ angezeigt? Ja, es liegt jetzt eben daran, dass dieser Widerstand hier genau um 180 Grad falsch herum eingebaut ist und der Strom gerade mal in die falsche Richtung gezeigt wird. Und das sind so Fehler, die passieren halt in der Simulation dann, wenn man nicht so wirklich Ahnung hat von dem, was man da tut. Und deshalb ist es eben, wie gesagt, schlau, das an einem Beispiel von Hand zu validieren. Widerstand wieder umgedreht, jetzt passt wieder alles. So, und das Letzte, was ich jetzt in diesem Video mache, ist der Vollständigkeit halber noch die anderen gesuchten Bedingungen durchgehen, um diese restlichen Vierpolparameter, die hier hinten noch fehlen, zu bestimmen. Und dazu brauchen wir jetzt eben einen Leerlauf am Eingang und eine Quelle am Ausgang. Ich schneide das mal hier weg und schiebe mal einfach diese Quelle hier rüber und schließe die jetzt hier hinten an. Die heißt jetzt immer noch V1, ist aber natürlich eigentlich V2. Ich benenne die auch mal um, der Korrektheit halber. Also, jetzt haben wir den Fall, wenn ich das simuliere, dass wir die Quelle am Ausgang haben und einen Leerlauf am Eingang. Das ist der Leerlauf am Eingang. Und was ergibt sich jetzt hier? Die Spannung am Eingang ist 0,333. Das tippe ich hier mal ein, 0,33333. Der Strom am Eingang ist 0. Das sehen wir hier auch in dieser Zeile. Und der Strom am Ausgang sind minus 0,333. Das ist auch total sinnvoll, weil ich ja gesagt habe, der Strom fließt aus dem Ausgang raus. Die Quelle hier macht natürlich den Strom in die andere Richtung. Deswegen sollte der jetzt ein negatives Vorzeichen haben. Und die Spannung am Ausgang, die wir vorgegeben haben, hier an der Stelle, sind einfach 1 Volt. Und damit sind diese 4-Polt-Parameter hier in der Hybridform auch bestimmt. Und die letzte Zeile, die jetzt noch fehlt, ist eben die mit dem Kurzschluss am Eingang. Da schließe ich den Eingang hier vorne einfach mal kurz mit einer weiteren Verbindung. Ich klicke nochmal auf Simulieren und dann haben wir eben am Ausgang wieder vorgegeben die Spannung von 1 Volt. Jetzt fließt am Eingang ein negativer Strom von minus 0,09999. Und am Ausgang fließt eben dieser Strom hier minus 0,36363636 und so weiter. So, und damit sind auch diese letzten verbleibenden Leitwertparameter hier noch bestimmt. Und damit ist dieses Video fertig. Einmal 4-Polt-Parameter von Hand berechnet, einmal 4-Polt-Parameter in LTSpice simuliert. Und in eine schöne Tabelle eingetragen, die das Ganze wunderbar auswertet.